20 Talente kämpfen mit der Hilfe von Demi Lovato und Beth Ditto um die letzten sechs Plätze im Halbfinale. Und stellen die Coaches vor ihre schwierigste Entscheidung. Heute ist die letzte Chance. Und es gibt für niemanden eine Garantie. Es tut mir leid. The Voice of Germany. Heute 20.15 Uhr pro 7. Und das Halbfinale Sonntag 20.15 Uhr in Sat.1.